Jens und Maren Friedrichs am Strand. Lachen, bewegen, Kraft tanken. Immer wieder kommen die Friedrichs nach Norddeich, meistens mit der ganzen Familie. Einfach raus, einfach Gedanken weg und dass die Kinder was erleben. Ich bin immer so ängstlich, dass ich immer alles gut im Griff habe, das alles zu managen und aufzupassen. Maren Friedrichs trägt große Verantwortung für eine große Familie. Acht Kinder gilt es zu versorgen und dass zwei von ihnen nicht gesund zur Welt kamen, ist kein Zufall. Es hat etwas mit Maren zu tun. Sie trägt ein Geheimnis in sich, als sie 1980 zur Welt kommt. Für ihre Eltern Christine und Helmut ist Maren die zweite Tochter. Sie ist offen, lacht viel. Ihr Körperbau ist kräftiger als der ihrer Schwestern. Sie wirkt tapsiger. Aber immer voller Energie und immer mittendrin. Auch als Teenager. Mit 21 lernt sie Jens kennen. Er ist neun Jahre älter als Maren. Schon wenige Monate später wird sie schwanger. 2002 wird Sophia geboren. Womit damals niemand rechnete, die Kleine hat das Down-Syndrom. Also, dass Sophia das Down-Syndrom hat, haben wir circa zwei, drei Wochen danach erfahren, also per Bluttest. Ich war natürlich ein bisschen geschockt, aber habe da auch so erstmal gar nicht drüber nachgedacht mit Down-Syndrom. Ich habe das hingenommen. Das ist Sophia, das ist mein Kind, das ist unser Kind. Wir haben sie so genommen, wie sie ist. Menschen mit Down-Syndrom haben ein Chromosom zusätzlich. Das 21. liegt nicht doppelt, sondern dreifach vor. Die Folge sind geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Große Sorgen macht sich Maren damals keine. Sie zögert auch nicht, wieder schwanger zu werden. 2003 wird Tim geboren. Anders als Sophia ist er vollkommen gesund. Es war sehr schön, Tim als gesunden Jungen zu bekommen. Also für die Förderung, für Sophia, war das damals ganz gut. Der Kinderarzt meinte, das passt eigentlich ganz gut, weil Sophia sich ganz viel von Tim abgeguckt hat. Sei es das Laufen. Ja, Tim und Sophia konnten fast gleichzeitig laufen. Sophia mit zwei Jahren und Tim mit eins. Nach Tim wird Maren noch dreimal schwanger. Dreimal erleidet sie eine Fehlgeburt. Bei einem Fötus wird das Down-Syndrom festgestellt. Die Ärzte werden hellhörig und finden heraus, Maren hat einen Gendefekt, der über 20 Jahre niemandem aufgefallen ist. Also mein Gendefekt wurde mit 24 festgestellt. In den Hautzellen, in den Hautfibroplasten, da wurde mir Haut entnommen. Und da kam dann halt raus, dass ich die Mosaik-Trisomie 21 habe. Die Mosaik-Trisomie. Es ist eine milde Form des Down-Syndroms. Obwohl Jens und Maren seit 14 Jahren wissen, dass Maren ihren Gendefekt vererben kann, haben sie sich für weitere Kinder entschieden. Verantwortungslos finden sie das nicht. Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung und wir laufen natürlich nicht blauäugig durchs Leben. Leute urteilen sowieso viel zu schnell. Wie viele Drogenabhängige gibt es oder Alkoholiker, die da Kinder in die Welt setzen? Da könnte ich ja auch fragen, warum tut ihr das? Ja, das finde ich viel schlimm. Warum raucht ihr in der Schwangerschaft? Warum? Das finde ich viel schlimmer, das stimmt. Und das ist dann auch ja noch bewusst eine Behinderung riskieren. Richtig. Als Maren 2005 wieder schwanger wird, stellen Ärzte fest, dass ihr drittes Kind wie schon das erste das Down-Syndrom hat. Bei der Hausgeburt wird Julian mit einem schweren Herzfehler geboren. Wo Julian dann rauskam, der hat ja gar nicht geschrien, der war ja ganz blau. Und deswegen, Mann, Hebamme hat dann gleich einen Krankenwagen-Notarzt gerufen. Und das war natürlich für mich ganz schrecklich. Also das war richtig, ah, das war dann in dem Moment nicht schön. Aber Julian überlebt, auch dank einer Herz-OP kurz nach der Geburt. Er entwickelt sich gut, spricht besser als seine ältere Schwester und kann äußern, was er braucht und was ihm nicht gefällt. Nach Julian kommen noch Simon und Till zur Welt, beide gesund. Vater Jens hat aus einer früheren Beziehung noch Tochter Marina und die Söhne Matthias und Michael mit in die Ehe gebracht. Besonders viel Hilfe brauchen aber bis heute Julian und Sophia. Eine Fördermaßnahme ist die Hippotherapie. Einmal die Woche dürfen Sophia und Julian aufs Pferd. Beim Reiten verliert Sophia ihre massive innere Anspannung. Auch Bewegungsstörungen lassen nach. Sobald sie auf dem Pferd sitzt, fängt sie an zu brabbeln. Sie fängt einfach an zu brabbeln und zu reden. Man kann das zwar nicht verstehen, aber sie spricht und freut sich auch total. Also sie geht richtig auf auf dem Pferd. Eine Stunde Reiten pro Woche. Klasse Sophia! Es sind Momente, in denen Sophia und Julian loslassen können. Momente, die auch Maren glücklich machen. Die werden ruhiger, die Kinder. Ruhiger, gelassener. Die Sprache verändert sich deutlicher. Jetzt darf auch Julian endlich aufs Pferd. Und Sophia macht das, was sie schon immer am liebsten getan hat. Schaukeln. Beim Reiten wird auch die Motorik der Down-Kinder gefördert. Julian soll während des Reitens Bälle in eine Tonne werfen. Verschiedene Bewegungen getrennt voneinander umsetzen. Eine Herausforderung für den 13-Jährigen, aber er schafft es. Diese Entspannung in dem Körper. Und durch diese Entspannung können sich ja auch neue Bewegungsabläufe wieder entwickeln. Dieses Positive und Glückliche zu sein, dass sie merken, ja, ich kann das. Und das ist schon faszinierend. Nach der Hippotherapie geht's in die Stadt. Denn heute steht auch noch ein Besuch beim Arzt an. Kinder mit Down-Syndrom brauchen eine engmaschige medizinische Betreuung. Der Kinderarzt Martin Brachmann kennt Sophia und Julian seit Jahren. Der Mediziner weiß genau, worauf er bei ihnen besonders achten muss. Er schaut sich vor allem den Bauchraum per Ultraschall an. Es ist ja schon so, dass die einige Risikofaktoren haben. Von Herzerkrankungen über Fehlbildungen, auch besonders im Bauchbereich. Dann im Stoffwechselbereich, Schilddrüsenunterfunktion, Zödiakie, solche Sachen. Und das muss man halt im Laufe der Entwicklung bei denen einfach im Auge behalten. Sophias Bauch ist vollkommen in Ordnung. Sorgen bereiten dem Arzt aber ihre Ohren. Haben Sie den Eindruck, dass sie Schmerzen hat? Ja, weil sie wieder vermehrt mit den Zähnen, Knie schlacht. Oh je, hier sieht es aber nicht so gut aus. Da sehe ich doch so ein etwas vorgewölbtes Trammelfell. Ja, das ist ja da. Sie haben ja generelle Probleme. Das mit dem Ohr gefällt mir nicht. Das würde ich schon gerne behandeln. Maren Friedrichs hat sich damit abgefunden, dass ihre beiden Down-Kinder häufiger krank sind. Für Jens und sie zählen vor allem die schönen Momente, zum Beispiel Geburtstage. Bei den Friedrichs werden die zehnmal im Jahr gefeiert. Heute ist Sophia dran. Sie wird 16 Jahre alt und hat Freundinnen eingeladen. Applaus! Happy Birthday, Sophia! Heute bist du 16! Bei aller Freude sind es aber eben auch diese Situationen, die Maren Friedrichs bewusst machen, wie schwer es Sophia hat. Sophia, die kommt zwar auch zu Hause manchmal so aus sich raus, aber wenn ich dann immer andere Kinder sehe mit Down-Syndrom, die auch noch besser entwickelt sind wie Sophia von der Sprache her, das macht mich dann auch mal traurig. Dann wünsche ich mir auch mal, Sophia könnte sich besser äußern, besser sprechen, sich besser mitteilen. Das macht mich dann wieder immer ein bisschen traurig. Dabei hat sich Sophia mit Blick auf ihre Beeinträchtigungen gut entwickelt und ihre Eltern haben einen großen Anteil daran. Deshalb schmerzt es Jens und Maren auch, wenn ihnen von der Gesellschaft vermittelt wird, dass es die Down-Kinder eigentlich ja gar nicht geben müsste. Ich habe von einer Frauenärztin hier in Aurich mal so eine Überweisung in die Hand gedrückt bekommen, hier zum Sterilisieren. Und da dachte ich mir, geht es noch? Ungefragt. Ungefragt. Da dachte ich mir, ey, wo bin ich hier? Das ist doch mein eigener Körper. Einfach so. Das war auch nicht Thema im Gespräch. Absolut, überhaupt gar nicht. Nee, das war gar kein Thema. Es ging darüber um eine Verhütungsmethode, um die Spirale. Darum ging das. Beide haben auch die jüngste Debatte um vorbeugende Trisomie-Bluttests mitverfolgt. Die versuchen das auszusortieren, gesund von Down-Syndrom. Aber ich finde das alles andere als in Ordnung. Ich meine, jeder hat dann, ich weiß nicht, ob das dann jeder macht, wenn man es vorher weiß, die Entscheidung hat man dann ja immer noch. Aber ich rate nur jedem, denk da lieber zehnmal drüber nach. Weil wenn das dann erstmal weg ist, dann ist es zu spät. Jens und Maren Friedrichs sind keine ängstlichen Eltern. Was sie manchmal bedrückt, sind Gedanken an die Zukunft von Julian und Sophia. Wer kümmert sich später um die beiden? Man macht sich natürlich Sorgen. Wie geht das so weiter? Besondere Betreuung werden die immer brauchen. Das wird sich nicht ändern. Ist so. Bleibt so. Da tut sich auch nicht mehr viel in der Entwicklung. Julian muss man abwarten. Aber es sind ja im Kopf immer Kinder und bleiben die auch. Und das muss man dann halt später individuell anpassen. Aber Sophia wird definitiv später mehr Pflege brauchen wie Julian. Aber beide trotzdem viel. Bis zum nächsten Mal.